Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Heute wieder mal in dem neuen Haus, das zwar mittlerweile gar nicht mehr so neu ist. Okay, wir müssen herausfinden, was für eine Art von Geistessicht würde. Alter, wir müssten ihm ein Träucherstäbchen verjagen, ein Foto vom Geist machen. Ja, einen Bewegungssensor habe ich jetzt nicht. Dafür habe ich aber Salz, eine Kerze, ein Feuerzeug, Räucherstäbchen. Also ich habe ein bisschen aufgeliebt, äh, äh, dingselt, ja, ein bisschen aufgestockt, keine Ahnung, wie man das sagt. Ich bringe jetzt erstmal alles rein, dann sehen wir uns drin wieder. Okay Leute, ich habe hier jetzt alles reingebracht, ich nehme hier das hier gerade wieder mit. Achso, ich habe hier noch zwei Zeugeläutern. Ähm, fragt euch nicht, wenn diese Tür hier schon offen ist und die Keller... Okay, die wäre nicht offen. Die Keller-Tür, denn ich musste kurz runter wegen, ähm, ich musste kurz gucken wegen... Ach, wie sagt man, wegen dem Strom, genau, dass der Stromgenerator an ist. Okay, aber wieso sind die schon so viele Türen offen? Das habe ich wirklich nicht gemacht. Oh, Norwegian Board. Okay, dann haben wir den Raum, somit glaube ich, eigentlich auch gefunden. Äh, dann, ja, reden wir. Alter, ich... Tja, ich habe gerade einen Schluck auf. Oh, nee, das ist jetzt so behindert. Okay, ich, äh, hole... Oh Gott, er hundert. Okay, er hat uns aber scheinbar nicht, ob wir Strick gehabt. Lol, er hat einfach gehuntet. Okay, er ist aber scheinbar wirklich in diesem Raum, okay. Scheinbar relativ aggressiv, finde ich jetzt nicht so nice. Okay, ja, ich transportiere jetzt erstmal alles, äh, ja, da rüber. Ich hoffe, ich schaffe's. Nicht, dass er mich ein, äh, zuerst nochmal wegholt. Lol, der Knochen ist auf dem Bett gespawnt. Oh Gott, warte mal. Was? Das habe ich auch noch nie gesehen. Okay, ich würde sagen... Mein Gott, der schreckt mich doch nicht so doof, der Geist. Ich würde sagen, wir legen hier schon mal Salz hin, weil dann haben wir, ja, das im Überblick. Okay, dann hole ich jetzt mal noch den Rest so ein bisschen. Okay, Leute, ich würde sagen... Äh... Oh, lol. Ich konnte kein Foto machen, hä? What the fuck? Oh, wieso hat er mich eigentlich schon nicht gesehen? Was soll das? Och, Mann. Alter, wir sind... Ich habe schon wieder keine Ahnung, was das ist. Mann, wir haben schon wieder alles verloren. Och, Gott, ey. Oh ja, zumindest sinkt noch mal weiß. Okay, wir können uns aber zumindest nochmal eine stärkere Taschenlampe... Och, Gott, wieso kaufe ich denn noch einen? Ich habe nämlich vorhin schon aus Versehen einen mehr gekauft. Ach, scheiße, okay. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im neuen Haus. Äh, also schon wieder das, alles klar. Ja, klar, wir haben jetzt halt nix mehr. Wir können jetzt nur noch, ja, das ganz normale Ziel halt schaffen. Naja, was soll ich bringen? Erstmal wieder alles rein. Okay, Leute, es ist jetzt wieder alles drin. Äh, wo ist der MF? Ah, Leute, der ist hier. Okay, da steht komisch rum. Äh, wir gucken jetzt mal kurz. Okay, Leute, also hier steht jetzt, mit einem getrennt, Server-Timeout, Error. Ihre Gegenstände wurden ihnen zurückgegeben. Zum Glück das. Äh, ich musste nämlich vorhin kurz weg und... Ja, jetzt hat es irgendwie ein Error gegeben. Keine Ahnung, die Servers sind wahrscheinlich irgendwie abgestürzt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ja, war es das dann mit dieser Folge Phasmophobia? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like und dann sind wir da. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Das lade ich jetzt einfach hoch, ist mir scheißegal!